Mit schwungvoller Musik des Landespolizeiorchesters wurden heute vor dem Mainzer Staatstheater 22 neue Streifenwagen der Öffentlichkeit vorgestellt. Innenminister Roger Levenz war selbst vor Ort und hieß die vielen Schaulustigen persönlich willkommen. Wir sind die ersten, die diesen neuen Funkstreifenwagen-Typ sehen können. Wir liefern heute 22 aus und wir haben einmal als Kontrastprogramm einen ZOW-Käfer, ich glaube, ich habe es eben gehört, von 1976 hier aufgestellt. 50 PS, damals üppig motivisiert, damit wir heute nicht mehr viel Start machen. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie wollen nicht mich hören, Sie wollen sich vielleicht die Autos anschauen, vor allem das Landespolizeiorchester hören. Herzlichen Dank, dass Sie mir zugehört haben und Ihnen einen richtig schönen Tag. Danke. Applaus Untertitelung des ZDF, 2020